Also, was ich gelernt habe durch Hit The Beat, es gibt nichts, was du nicht schaffen kannst. Also, wenn ich total am Anfang an mich denke, also, ich habe gedacht, das schaffe ich nie körperlich, da hinzukommen. Und ich habe wirklich andauernd diese Motivation bekommen und die Unterstützung bekommen. Und dann habe ich jeden Tag geübt und geübt und geübt und ja, einfach nicht aufgeben. Das hat wirklich viel gebracht, ja. Ich bin Melanie, 41 Jahre jung, lebe momentan in Wien. Ich bin eigentlich seit 17 Jahren im Büro tätig, als Assistentin und möchte aber aus dieser Branche raus und möchte mich wirklich nur mit Sport, Fitness und Wohlbefinden beschäftigen. Und da bin ich gerade dabei. Deshalb bin ich auch Hit The Beat Trainerin geworden und möchte das auch so aufbauen, dass ich dann viele Menschen damit erreiche und viele Menschen zeigen kann, dass wir selber vieles in der eigenen Hand haben, was Gesundheit und ja, einen Wohlfühleffekt angeht. Wo ich das erste Mal Hit The Beat gesehen habe, war, ich habe das über Facebook, Social Media das erste Mal gesehen und ja, das war so ein, ein, wow, warte mal, das ist was Neues, das kenne ich noch nicht. Und die sind immer so viele. Da ist nicht nur einer, der da rum arbeitet oder rum sportet, sondern da sind immer so viele. Und dann habe ich, das hat mich sofort angesprochen, weil ich mag auch gerne mich mit Menschen umgeben und gemeinsam was machen. Und da habe ich mich dann wirklich damit auch tiefer beschäftigt und hat mir sofort angesprochen, die Bewegung, die Musik, wie gesagt, dass sie das im Team machen. Und ja, deshalb habe ich mich auch dafür entschieden. Und es hat sich alles bestätigt. Ja, also es ist wirklich coole Bewegungen, coole Moves, coole Musik. Die Community ist wirklich der Hammer, wie man aufgenommen wird, wie man unterstützt wird. Also es hat sich eigentlich, glaube ich, bei mir noch viel mehr bestätigt, was ich da überhaupt mir vorstellen konnte dabei. Also ich bin viel stärker, viel, ich habe mehr Ausdauer, was mich angeht. Es macht wirklich Spaß, immer diese Workouts zu machen und auch in meinem Umfeld sind sehr viele dafür interessiert. Und es möchten auch immer mehr mitmachen und diese Message will ich auch weitergeben, dass das umso mehr wird. Also was ich gelernt habe durch Hit The Beat, es gibt nichts, was du nicht schaffen kannst. Also wenn ich total am Anfang an mich denke, also das war für mich, ich habe gedacht, das schaffe ich nie körperlich, da hinzukommen. Und ich habe wirklich andauernd diese Motivation bekommen und die Unterstützung bekommen und dann habe ich jeden Tag geübt und geübt und geübt. Und ja, einfach nicht aufgeben, das hat wirklich viel gebracht. Ja, am besten eigentlich das ganze Konzept, so wie es aufgebaut ist. Also wie kann der jetzt nicht? Und das ist das Schöne an dieses Ganze in einem, eine Einheit. Ja, weil wenn nur die Musik gut wäre und das andere nicht passen würde. Also wie gesagt, das ganze Konzept passt, so wie es ist mit der Musik, mit den Übungen, mit Leuten, mit dem ganzen Drum und Dran. Das passt einfach. 4, 5, 6, 7, 8, Los Angeles!